Happy Birthday! Fernsehen von Salzburgerinnen und Salzburger, für Salzburgerinnen und Salzburger, das ist FS1. Im Bereich Kultur, Sport, Kunst, Wissenschaft und Bildung, wichtige demokratische Medienarbeit für Salzburg und das ganz, ganz erfolgreich seit über zehn Jahren. Dazu gratuliere ich zu diesem Jubiläum, dem gesamten Team, ganz herzlich. Mich freut es auch, dass es mittlerweile politisch unumstritten ist, dass FS1 unterstützt werden muss. War am Anfang auch nicht so und ist ein Zeichen der Qualität der Arbeit des gesamten Teams. Und nochmal herzlichen Glückwunsch zu diesem Jubiläum und für die nächsten zehn Jahre natürlich auch viel Erfolg. Untertitelung des ZDF, 2020